Hallo und Willkommen zurück zu einer noch weiteren Folge von Elite Dangerous. Mit dabei sind natürlich wieder Dietrin. Der ist nicht da. Egal, okay, dann KW. Hi. Und ich nenne mich immer noch Dozar, okay? Das klingt besser. Ja, egal. Wir sind jetzt hier... Wir sind immer noch auf dem... Ich muss so ein bisschen gerade meine Aggression zurückhalten. Ja, wir sind wieder auf dem Planet, wo wir vorhin auch waren. Äh, da wo unser Rover explodiert ist. Aber ich habe einen neuen geholt und wir besuchen jetzt die Guardians. Sehr schön. Äh, genau. Lass uns mal hier rausfahren und zu unseren Freunden gehen hier. Fahrzeugassist-System an. Bin auch wieder da. Joa. Komm wieder in der Aufnahme. Danke, Daniel. Fahrzeugassist-System aus. Fahrzeugassist-System an. Nein. Fahrzeugassist-System aus. Ist ja gut. Gut, also. Gar nicht Struktur. Okay. Wir brauchen jetzt... Wir brauchen jetzt die Dinge. Diese Teile, die aus dem Boden fahren. Die Relikte. Geschwader-Signal. Was soll ich relikte Witze haben? Äh, ja. Die brauchen wir. Ich hab hier schon alles gescannt, ne? Oh, ist das rote ein Guardian? Ja. Ja. Zumindest eine von der... Oh! Das ist zumindest eine uralte Guardian-Wache, die Guardians-Ansicht. Oh, perfekt. Äh... Okay, meine Schilde sind fast... Okay. Mein Schiff... Mein Schiff ist da so richtig trod, Alter. Der checkt nicht, dass das ein Gegner ist. Der, der checkt nicht, dass das ein Gegner ist. Wir seht den... Ah, doch jetzt. Rakete beim Flug. Nee, das brauchen wir. Runterschießen. Boah. Ja, die Rakete hat mich fast erwischt. Aber auch nur fast. Tag. Warte, ich hab's. Hab's. Ich hab's. Was denn nicht kommen? Ja, ich erkläre jetzt aber... Oh, guten Tag, Gardner Hecht. Wir kommen in der Aufnahme. Blackfire, willst du ihm vielleicht helfen, hierher zu kommen? Nee, also bis zu Ruinen kann ich fliegen und landen. Das sind keine Ruinen, wir sind bei den Guardian-Strukturen. Da können wir es tun. Oh, der ist noch ein neuer jetzt mit. Ach so, ich hab's jetzt auch ein Relikt. Ja, ich... Krieg das schon hin? Also, tut mir leid, wenn ich für Räder... Ich muss grad Aggressionen zurückhalten. Ja, ich muss mich um das Cheska-Ding kümmern. Wie viele braucht man denn? Oh, bitte! Wir müssen nur in die Mitte. Fahr in die Mitte, jetzt. Da, wo wir vor am Anfang auch waren. Also, ich hab eine Frage. Könnten wir dann direkt gleich noch mal so was... noch mal so ne Runde machen? Äh, ich krieg doch... Ich glaub ich, ein bisschen Hilfe wird. Da hab ich auch registriert. Danke. Wie fällt der denn aus? Ich hasse es, dass... wenn die andauernd auf den falschen Knopf kommen. Ich glaub, es sind immer zwei Leute. Ähm... Ja, dann kannst du mal vielleicht mit drauf ballern. Ey, du bist nicht da, weil... Du bist in einer anderen... Ah! Oder? Ja, doch, bist du. Take deine... Ah! Eigene... Sachen. Ach, Mann! Bist du da? So, jetzt... Also... Ab ihn! Sehr gut! Jetzt scannen! Jetzt rausfahren und scannen mit dem Daten-Link-Scanner. Rausfahren und scannen? Ja, jetzt ist da was in der Mitte hochgegangen, normalerweise. Ja, ich hab's. Ich seh's. Und das scannen, bevor's weg ist. Wie heißt das, wo ihr seid? Guardian. Ich hab's. Guardian. Ich hab's auch. Jetzt kommen überall, Achtung! Datenterminal. Versuch ich gerade. Der scannt aber nicht. Nicht gefunden. Warum ist das Scanner nicht gefunden? Okay, wir müssen das nochmal machen und es backen. Der findet das Scanner nicht. Ich hab's nicht. Bei mir hat's gebackt. Oder kann das nur einer? Das kann immer nur einer, glaube ich. Ja, das kann immer nur einer Scanner, muss man noch ne neue Runde machen. Ja, machen wir noch ne neue Runde. Aber ich muss erst mal schnell in mein Schiff, ey. Ja, ich komm. Genau. Soweit ist das nicht, oder? Achtung, neues Material. Dankeschön. Muss man jetzt mal aus dem Spiel oder schießt das so? Das geht schon so. Die Relikte auch. Oh, der Gegner wär jetzt super. Die Relikte haben wir, hab ich noch mal. Oh Gott, das ist von der Rakete. Ach, mein Punktverteidigung in Regel. Ja, ich hab ne Punktverteidigung. Also sollen wir einfach vom Planeten runter oder wieder draufhören? Ne, kann es bleiben. Okay. Wie kann man die Masse-Sperre einfahren? Oder kann man... Ne, du weißt, du musst aber einfach vom Planeten oder was auch immer wegpflegst. Die Massensperre ist Knicks zum Einfahren, die ist ein Status. Hä, ich glaub, ich hab ein Dings gefunden? Ne, doch nicht. Hä, warum wird mein Zusammensetzungsscanner nicht gefunden? Ich hab nur gar den Ding in Frachtraum. Motule? Mein Zusammensetzungsscanner wird nicht gefunden. Was ist denn das? Kann sich das Spiel jetzt entscheiden, ob der Punkt jetzt gut für Landung ist oder nicht? Wo bist du denn? Nehmen der Struktur. Sag die ganze Zeit, ja, hier kannst du landen und dann doch nicht. Nehmen der Struktur. Bist du aber nicht immer Dings, oder? Was? In was? Äh, in Geschwader. Doch. Alter, ich fahr raus, direkt in Fründe weg. Ach, doch, dieser blaue Punkt da hinten. Das denke ich mal, bist du. Ich hab jetzt bessere Munition und besser Hülle gekauft. Jetzt greift schon wieder irgendjemand an. Jetzt so langsam regen dich diese Viecher schon auf. Ey, hier sind doch gar keine mehr. Hier sind voll viele. Du bist in einer anderen Instanz. Du musst spiel kurz ausmachen und nochmal an. Oder lass uns auf Open gehen. Da sind sicher noch mehr, aber... Ne, Open geh ich nicht. Dann kommt dann nur irgend so ein Idiot und schießt uns ab. Äh, schick mal bitte Joschka, die ich einlade. Achso, spiel dir nicht Open. Ich sehe euer Geschwadersignal, aber ihr seid nicht hier. Ach, muss ich dann nochmal rausgehen, oder wie? Ja. Also ich auch nochmal. Ja, du auch. Okay, verlassen. Oh, ich hab mir mal kurz gescannt. Ja, weil ich hab euch nicht gesehen, aber ihr seid anscheinend hier. Endlich. So, vor Black Fry, ne? So, gehen wir rein. Weil ich seh ja auch keine anderen SRVs rumfahren. Ja, ich seh nur die... Ich seh nur diese... Diese Wolken. Ja, erklärt dir mal bitte jemand. Das kriegt gleich nen Ausraster. Boah, das macht mich schon wieder so stressig, oder? Die Extras-Option. Was denn jetzt? Oh, okay. Wir hatten das auch so gebaut, dass man hier gleich umfahren kann, Alter. Soll ich mal schnell... Soll ich meinen Namen mit Gruppen schicken und mir? Mein Zusammensatz ist generell trotzdem nicht gefunden. Äh, Black Fire, du musst ihm ne Einladung schicken. Ja, wie heißt er im Spiel? Ja, warte, ich schreib schnell. Oh, jetzt hab ich auch nen Timer. Ja, jetzt bist du auch drinnen. Hallo. Oh Gott, Alter. Ah, du musst oben drauf ballern, oder nicht? Ich hab keine Nachricht. Nein. Ich hab keine Nachricht. Ich hab keine Nachricht. Ich hab keine Nachricht. Wieso kann ich nicht schießen? Wieso kann ich nicht schießen? Wieso kann ich nicht schießen? Der ist aktiv, okay. Nämlich dafür lohnen. Äh, guck mal, ob du... Ach, Juni. Wieso, wie sieht der dich denn an? Ich kann die Anvisierung nicht wegnehmen. Ah, doch, jetzt. Ah, der schießt nicht. Warum schießt der nicht? Ah, doch, jetzt. Nee, jetzt ist der nicht schon schon. Ja, muss man jetzt einfach drauf ballern, oder was muss man machen? Ja, einfach drauf ballern. In die Mitte. In die Mitte ist so ein blauer Punkt. Aber einer ist schon voll. Wenn die blauen sind, dann leuchten die ganze Hunde blau. Ah, okay. Warum haltet ihr eigentlich? Nee, das ist wegen dem einen. Das ist einer halt. Ist der jetzt auch voll? Einer hat sich alle halten lassen. Der ist voll, oder was? Nee. Ja, der ist zwei, der ist voll. Zweiter ist voll. Wir brauchen sechs. Mann, nein. Dieser, wie sieht der dich an? Der wie sieht automatisch dich an? Ich krieg dich weg. Ja. Ah, und Alpha Kata sind so gelbe... Äh, gelbe... Du kannst nicht angesehen. Du musst einfach so reinschießen. Okay, also diese gelben Kreise sind da, wo ich hin muss. Oder diese gelb vier Ecke. Oder die grüße. Nee, das grüße ist. Kann ich dir annehmen? Bei mir steht das hier eine... Insozial. Insozial, ja. Gut gemacht. Achso, okay, ja. Danke. Sind sie noch Gegner? Ich will mal einen vom Play haben. Nein, willst du jetzt noch nicht. Kann man danach machen. Mein Gott. Guck jetzt auf. Ja, das ist das Spiel, Alter. Es regt mich so auf. Es ist... Seid ihr jetzt noch in meiner privaten Gruppe, oder wo seid ihr jetzt? Es ist ja immer noch kein SRV. Einfach nochmal neu rein, schon, oder nicht? Habe ich. Oh, ich steck fest. Okay, jetzt muss ich hier rausfliegen, oder so. Darf ich mal einen aktivieren? Ja, aktivierst du doch eben, oder? War das immer anders aus? Nee, das... Der war doch schon aktiv. Wenn du mit deinem SRV hier rumfährst, dann findest du sicher noch zwei. Ah, da leuchtet so was blaues. Ist das so was? Ja. Aber nicht... Das leuchtet nicht so blaues. Das ist so ein Ding, wo in der Mitte besonders blau ist. Ja, ja, ja. Genau, da musst du drauffließen, wenn es nicht komplett blau, Leute. Wenn es komplett blau ist. Ich geh jetzt einfach selber in mein Geschütz rein, so. Gut. So viele fehlen noch. Oh, da ist noch einer. Okay. Okay, ich hab den vorletzten. Einer fehlt noch. Ja, ich baller den gerade ab. Okay, wir sind voll gut. Da hinten ist so... Alle in die Mitte kommen. Wo ist die Mitte? Oben. Ganz oben. Wie so ein Berg ist das. Äh... Ah, das Ding hier. Fahr doch. Stressig. Ach so, und wenn wir die aktiviert haben, kommt die ganzen Garde jetzt oder was? Nein, jetzt kommt da so eine Kugel raus, die du scannen musst. Ah. Okay. Mit welchem Scanner? Normalerweise müsste jetzt einer raus... Guardian Relict. Du hast noch gar nicht getroppt. Nee, du hast aber zu weit weg getroppt. Wie geht mir da jemand weg? Was steht denn da hinter dir? Hinter dir steht... Hinter dir ist ein Guardian Relict. Ja. Gut. Hat noch jemand ein Guardian Relict? Geht das mit dem Jahr, ne? Ja, ich hab ein bisschen abstarren, bitte. Fachgreife ausgefahren. Du hast es jetzt eingesammelt. Ja, hab ich. Dann stell dich in die Mitte. Stell dich in die Mitte. Ach so. Und drop es. Aufgeben. Ja, 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 ja. Ich kann mich nicht bewegen, Leute. Ich kann mich nicht bewegen. Stressig. Hallo, was ist hier los? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ah, jetzt. So. Jetzt komm bitte nach vorne. Nicht abgeben. Weiter vor Stop. Jetzt abgeben. Jetzt. Okay, gut. Also. Inventar. Da. 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 Jetzt geht's. o. Oh, da öffnet sich was. Ja, genau. Das ist das Scanner. Okay, mit welchem Scanner? Ehhhhh, datenlingscanner. Ja, okay, ich halb drauf. Wo ist das Datenterminal? Ich hätte das Scanner. Warum ich? Na, schalte es denn. Da oben steht noch geschwadert, er wird geladen. bereit zum scannen war jetzt was kann man nur einmal szenologische entdeckung gemacht hätte daten den scanner will nicht warte mal was ist noch mal ein fahrwerk aus von elge okay ich glaube ich glaube das kann man nur wirklich kodex aktualisiert haben ja ich weiß ich habe auch die jahre erfahren das bin ich gewesen ja müssen wir es noch einmal machen ja machen wir noch hätte ich einfach in die mitte und bleibt da daten links genau also na ja da ok natürlich die anderen einfach deaktivieren und dann mache ich auch mit maustaste 2 das ist jetzt also perfekt dankeschön so hat doch jemand ungefähr hat es noch jemand ein fragment ist das wichtige wir brauchen aber ich glaube warte mal fragmente dass wir gut schauen ich habe noch ein ich habe den in mein schiff warte ich muss erstmal alles klar lass dir zeit dann tue ich schon mal die ersten sachen dann ist es wieder diese überlisten ausfahren wenn ich ja ich mach die gerade du kannst in der mitte noch vor oben ist noch einer der steht da bei dir nicht runterfallen muss es weiter hoch weil ich sehen ja oh mann da dieses riesen schiff versteht mein schiff schwebt halt halbinder luft ja ich sehe das ding muss ich nur von der richtigen seite anpallern ja ok ich hab's so schieß schießt schießt er nicht oh mein Gott fliege ich hoch ich halte schießen gedrückt aber er schießt nicht falscher Modus vielleicht ne ich bin ein anderes Modus was ist es los was warum ich schieße ich hier ich drücke schießt er hat er scheiße Feuergruppe ja das kann auch sein wer fährt hier wie besoffener durch die Gegend ja ich will das ist ein kleines Aufmerksamkeit du bist der besoffene du kannst bei mir verkaufen hab ich doch gesagt ja so ja schon richtig viel drauf oh je je da bin ich nicht arm da darf ich die Preise nicht zu hoch stellen wenn es nicht gesagt wird ne ich hab nur einen ich hab nur einen eh ach du okay dann kann ich sehr hochstellen hehehe ah jetzt das kreuz rot angezeigt du bist okay ich hab einen ich hab auch wieder einen aufgeladen wie viel brauchen wir noch was zerstörbare Klappe oder was ist das denn äh ich hol jetzt noch einen drei vier das hier ah da kommt der Hauskuhl obwohl es böse ist dass ich die nicht mitnehmen kann wer ist jetzt gegangen bist du erinnern gegangen? äh Blackfire ah so Joske ist also noch da ja ja ich fahr grad mit dem Rover raus ich bin jetzt da draußen halt hier oben stoppt das Ding wieder ne oder beim letzten den man aktiviert genau so wie finde ich aber wie finde ich euch jetzt also wie kann man das machen was ich wir müssen uns geschwader kann ich mal kurz bis jetzt in der sozialen Gruppe ja bin ich also hört einmal wieder außerhalb des Geschwaders ah Joske ja so du musst mir mal kurz sagen deinen Namen äh grabier's mir ich will jetzt nicht irgendwas ähm ähm Moment man jetzt leck mich hier durch die Regen ist das schon wieder ein Stress jetzt kannst du es sagen M A M A ich hab das letzte hier R M M M M I I S S 2 2 2 2 5 5 5 fertig Ah ja perfekt Freund hinzu Habel ok äh habt ihr das Ding ja ich hab's ich stell mich dann schonmal hier zum scannen du musst es annehmen du hast was blaues bekommen das kann ich dich nicht sehen ja ich weiß warte haben wir jetzt alles haben wir alle sechs ja also ich hab mein datenig scanners bereit da hast du Freunde zack Handbremse gezogen müsste ich abnehmen was denn ja habt du ok datenig kommt Scanner scan 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 ja tut er glaube ich ja tut er nicht weit weg hab's neue daten entdeckt ja das kann dann auch aber nur jeder einmal ne bin ich weit weg von euch oder Geronimooooooo ok warte wuh boah alter was was ist passiert alter hä was ist passiert er bleibt auf einmal so weg hahaha was war das denn jetzt ey wie das aussah er hat einfach nur weg teleportiert so sah es aus so viel anders wer hat dich so richtig schnell weg gedreht jo jo wer die wer die wird mir denn auch ihr werdet mir angezeigt und wie man boah du bist im sprachchat kannst du bitte rausgehen danke hä what ja er ist im dings sprachchat oh ne ne oh hier ist noch einer alter geil ich brauche erstmal technologie was braucht man denn für dieses muss jetzt mal googeln ja ich glaube ich muss jetzt eigentlich alles haben die gestellt oder in yara ich gehe mal aus dem sprachchat raus dann musst du selber draufdrücken oben warte kannst du auch einfach rausgehen dann störst dich nicht mehr wieso bin ich hier überhaupt drinne ja ne ich bin nicht drinne ich höre ihn einfach nur doch du hast mein sprachchat aktiviert ne ne doch ich höre dich aber auch immer in sprachchat äh null warte kurz technologie kompensionen also es gibt den beamlaser den brustlaser den kanun fragment achso das war alles nochmal achso das war alles nochmal technik baupläne komponente ingenieure option sprachchat aktivieren so hey wir willkommen bei einem modulbau bauplan das hast du eben bekommen den modulbau nein ich hab die technologie ich bin auch mal ein Guardian 10 das nennt sich so das nennt sich so das nennt sich so oh nein oh je hä ne doch achso technologie äh wie nennt sich das technologie komponente meinst du aber ja genau die bekommst du einfach durch diese blauen teile phasenregierung zu körperverbindungen dann muss ich mir kaufen und phasenregierung habe ich dann brauche ich nur noch Guardian Energiezellen habe ich auch Alpha Muster habe ich auch genug jetzt brauche ich nur noch achso den habe ich schon freigeschalten kann ich schon freischalten nein Guardian Hull den will ich Beta habe ich, Gamma habe ich, verstärkte Trägerplatte muss ich mir kaufen Guardian Wacht, Frackteil, Komponente, Technologie Komponenten Mann ey, ich kann mich hier kaum bewegen Ey, wo wer wird denn dieses Modulbauplan in Kategorie bringen? das ist nicht Modul, das ist Modul-Bauplan-Segment das ist das allererste was immer dasteht auf Minyara das ist ja seit ihr an so einem Berg 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 das ist eine Ruine halt ich bin nur noch mal eingestiegen jetzt noch mal genau zu ach Gott ey mein Gott das ist eine ganze Technologie clown Ach da, da habe ich das. Das ist Daten. Wenn wir euch 17 Energiezellen. Er hat es auch mal geschafft. Wie viele Technologie-Dinger habe ich da. Und die Technologie-Teile sind aus diesen Turm-Teilen, die man so abfallert, wo immer so drei Schächte sind oder wie. Genau. So, ich lade noch mal ein paar auf, vier. Kann man noch mal kurz was? Helfen, ich brauche das so mal festbilden. Ja, woher kann man das denn her? Ja, aber dann in der Mitte. Ich kann mal gucken, wie viele noch fehlen. Er hat noch was, damit Joschka noch mitmachen kann. LOL, guck mal, wo ich bin. Komm, gerade. Äh, Dietram? Ja. Wie bekommt man ein Hardware-Diagnostics-Sender? Ja, kann man ganz leicht kaufen, überall in der Bubble. Okay. Das ist ein ganz normales Zeug. Das ist nichts Besonderes. Das ist leicht. Dann brauche ich nur Technologie-Komponenten. Dann habe ich eigentlich alles für die Team. Super, komm, schickes Bild hier. Ja, wieso machen wir das denn nochmal? Ja, einfach nur so. Nein, bleib doch doch stehen. Ja, ich brauche das fürs Gute. Ja, so ist es schön. Warte kurz. Ey, wir können das doch gar nicht machen. Wir haben doch kein Relikt. Ja, das kommt ja noch. Nein. Wir haben es einfach nur allerdings, weil wir Dengar wieder aktivieren. Das Relikt kommt aber nicht mehr. Das geht nur zweimal, oder was? Ja, der Komplett-Enschaftsinn ist ausgelutscht. Wir sind nicht mal mehr diese Türme. Ja, na klar. Die aktiviere ich ja. Gerade. Nein, ich meine so. Da kommen Ressourcen oder Materialien raus. Geil, das ist das Ding. Das kann ich vielleicht jetzt noch ein neues Kanal bauen. Ja, egal. Ich bin jetzt hier bei diesen... Ich würde trotzdem sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Und... Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, Leute.